Wein hilft sogar beim Abnehmen. Forscher bestätigen es. Ein Glas Wein ist so Effekt wie eine Stunde Sport. Ja, was ich immer sage. Schließen wir daraus? Mehr Wein trinken. Bike-Profi-Händler des Vertrauens, gell? Ja. Als würde ich ein Trombone-Pastor bist. Trombone. Wir schauen eh nicht rein. Bist du gelohnt? Ach so? Unter sind wir drunter? Unter nimmst du ein Netzleiberl. Ein ganz dünnes Netzleiberl. Gibt es das bei? Ja, warte, ich bring das. Schau das ja abzuschauen. Wir brauchen einen Helm auch, oder? Helm, wir müssen unbedingt mit Helm fahren. Okay, ich hab keinen Helm. Ich glaube, man darf nicht ohne Helm fahren. Nein, nein. Mein Motorradhelm kann ich nicht nehmen. Das hat auch den Vorteil, wenn wir dann von Wirten heimgehen. Genau. Dass du sichtbar bist. Dass du sichtbar bist und wenn du wirklich hinfallst, hast du einen Kopfschutz. Aber schwitzt du geruchslos oder geruchsvoll? Champagner. Champagner? Champagner oder Bettlina? Kommt drauf auf. Das Wichtigste, Michael, wenn du mit Tobias inne bist. Gehilft 24 Stunden. Siehst du das Sportgesäß kriegen. Aha. Das ist wichtig. Dass du keine Wimmerl kriegst. Du hast den Pupsche einschmieren. Wirklich? Ja. Wir haben das gleiche Zimmer. Wir haben ein schmals Budget gemacht. Wir müssen es sparen. Ich finde, es passt. Ja, ich weiß nicht. Lassen wir es. Lassen wir es. Ja. 3